Sie sehen ein Programm mit vielen guten Ideen, aus Lust aufs Gestalten, mit Freude daran und ich danke da auch nochmal Markus Söder, weil wir sehr intensiv Ideen aus unseren beiden Parteien hineingeführt haben in dieses Programm und dies in den letzten Wochen sehr intensiv auch abgestimmt haben, sodass alle am Ende dazu Ja sagen konnten. Es kommt am Ende immer auf die beiden Parteivorsitzenden und das war historisch so und ich glaube, wenn ich jetzt die gesamte Geschichte so sehe, Kohl Strauß war, haben auch immer gesagt, sie sind Freunde, Edmund Stoiber war auch engagiert mit dem jeweiligen CDU oder der CDU-Vorsitzenden. Das letzte Mal war die Stimmung ein bisschen angestrengt und wenn ich das so vergleiche mit den historischen Bereichen, würde ich echt sagen, sind wir echt gut drauf und kriegen das auch wirklich gut hin, das muss man sagen. Das ist ohne Groll und es ist eine ehrlich gute Zusammenarbeit. Die war übrigens schon vorher da und diese zehn Tage haben es nicht kaputt gemacht.